Hallo. Hallo. Hi. Hi Leute. Was machen wir heute? Ja, wir wollten einfach mal darüber reden, weil wir uns jetzt so lange nicht mehr gemeldet haben. Wir haben ja hier so einiges schönes gemacht. Wir haben renoviert. Ja, und es ist wieder aus einer kleinen, Entschuldigung, ein Zimmer geworden. Genau. Ja, also kann man auch echt sagen, wir sind zwar noch ein bisschen dran, noch so Kleinigkeiten haben wir noch zu tun, aber so weit sind wir aber hier fertig. Richtig. Und deswegen haben wir uns auch drei Wochen nicht melden können, aber wie ihr schon mitbekommen habt, oder auch nicht, wer weiß, sind wir wieder voll dabei. Also strudigt uns. Nächstes Mal geben wir Bescheid, wenn was ist. Genau. Aber jetzt starten wir da richtig durch, oder Mädels? Auf jeden Fall. Dann geht's los. Ja. Wir haben auch schon was vor. Lasst euch überraschen. Ja, also vieles, ne? Viele, viele, viele. Viele Pläne. Wir wollen den Gestalt, den kann er ein bisschen anders gestalten. Wir haben viele neue Ideen, aber das werdet ihr sehen. Lasst euch überraschen. Tja. Na gut. Dann darf ich einfach mal. Ja? Ja, ich darf einfach mal. Ach stimmt. Ach stimmt, wir haben euch ja gar nicht erzählt, was wir gemacht haben. Renoviert. Ja, das... Aber gezeigt haben wir es noch nicht. Genau. Also wie gesagt, wenn sie noch ein bisschen dran lassen, ist man nicht so ganz fertig. Der Schrank muss noch ein bisschen gemacht werden. Wie ihr auch seht, ist sie noch nicht... Aber der Boden und die Bands ist schon fertig. Ich denke einfach, man sieht vernünftiger aus hier. Genau. Viel besser. Viel besser. Zähler für die Schlaufe. Genau. Zähler ist sie natürlich jetzt gerade nicht hier im Raum. Das ist unsere Tee-Ecke. Genau. Hast du eben schon gefühlt. Ja. Ja. Und da wir weiter Tee trinken wollen, sagen wir nochmal... Tschaui. Tschau. Tschö. 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 Tschö, sagt die Walli. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Tschö, sagt die Hobbit und die Kessi. Bye, bye. Tschaui.